Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Empyreon. Ich stehe hier neben dem Spielekaiser, dem Blonden. Guten Tag, Welch. Was habe ich denn für eine Haarfarbe? Du bist schwarz. Braun ist die Haselnuss. So eine Art siehst du aus. Also schwarz oder braun. Kannst du auf V gucken. Ja, richtig. Mal begutachten. Wir waren fleißig. Wir haben das Prometium-Erzlager, das hier oben etwas auseinandergenommen, 68%. Hat das jetzt noch und das Silizium-Erzlager habe ich da noch bearbeitet und du warst irgendwo bei Kobalt. Ich war Kobalt. Wo ist denn das? Da oben. Sehe ich gar nicht Kobalt. Im Nordwesten. Schräg. Ach so, weit weg. Oh, da hast du ja ganz schön lauffähig gehabt. Ja, das war ein bisschen was, ja. Gut, und wir waren auch schon kräftig am Herstellen. Also ich habe jetzt ein paar Steuergeräte. Ich könnte einen Treibstofftank klein machen. Generator kann ich daran arbeiten. Willst du den großen Konstruktor herstellen? Ich bin, genau, ich bin auf dem Weg zum großen Konstruktor. Dann machen wir so ein bisschen Arbeitsteilung, ne? Genau. Dann fehlt mir noch ein Reaktorkern, zwei Computer und zwei Kondensatorenheiten. Okay. Reaktorkern. Dafür brauche ich einen Motor. Okay. Und ich brauche drei Röhren. So. Und dann brauchen wir zwei Kondensatorenheiten. Das ist... Oh, ich habe es wieder. Mit diesem fortgeschrittenen Konstruktor. Ach, der fehlt mir so. Der fehlt mir so. Der fehlt mir, ja. Der war so schön. Der war wirklich schön, ja. Und Kondensatorenheit brauche ich zwei, ne? Genau. Zwei Kondensatorenheiten. Machen wir das mal. Und dann brauchen wir zwei Computer. Irgendwas wird doch fehlen bestimmt am Ende hier. Mal gucken. Soll ich mal hier oben das Fundament gießen? Ja, wo willst du denn hin? So hier? Ja, mach mal. Mal in die Mitte, ne? Oder so. Tada. Tada. Ist aber hoch. Ja. Müssen wir uns befreunden? Ich kann hier keinen Block ransetzen, ne? Echt nicht? Ne. Ach, ist ja PVP. Feindliches Gebiet. Gab es irgendwie Freundesliste oder sowas? Oh. Warte mal. Also für mich ist das rot hier. Ich kann hier nichts. Falsche Fraktionen. Modus PVE steht hier auf dem Journal. Falsche Fraktionen. Fraktionen. Warte mal. Gründen. Aha. Gründen. Mitglieder. Ein neues Element wurde entdeckt. Dann gründe du mal eine Fraktion. Wie mache ich denn das? Wo muss ich da draufklicken? Ach da. Fraktionen. Alles klar. Gründen. Man muss einen Namen, ne? Dir einfallen lassen. Muss auch mal. Muss auch gucken. Keine Ahnung. Weil du den jetzt gesetzt hast. Das ist glaube ich vielleicht besser, wenn du die gründest, denke ich mir einfach mal. und ich mache jetzt mal zwischenzeitlich hier... Moment. Ich habe doch einen Reaktorkern hergestellt. Was stimmt denn hier nicht mit meinem Konstruktor gerade? Kondensatoreinheit. Tadam. Reaktorkern. Elektronik. Editieren. Okay. Ja, ich habe das jetzt gemacht. Jetzt ist halt die Frage, wie kommst du da rein? Wenn du eine Fraktion gehst und suchen gehst, musst du dich glaube ich bewerben. Ja, bewerben habe ich jetzt. Okay. Kandidat. Da ist er. Aufnehmen. Aufnehmen. Den kann ich aber mal ein bisschen befördern hier, bitte. Ja. Kaiserwählkorb. Weiter geht nicht. Admin. Okay. Geht das Ganze was dran bauen? Ähm. Ne. Falsche Fraktion. Ernsthaft? Ja. Kann doch nicht sein. Guck mal. Fraktion. Könnte ich nur noch degradieren oder entlassen? Oh, das will ich ja nicht. Ein bisschen Namen angeben. Kürzel. Faktion. Editieren. Ne. Das ist nur der. Was ist denn das für ein? Kack. Ich selber kann ich nicht degradieren. Kern. Player Fraktion. Kannst du denn was dran bauen? Hast du einen Block, sonst gebe ich dir ein paar? Ne, habe ich nicht. Warte. Warte. Warte hier. Ich gebe dir mal die Hälfte davon. Ablehnen. Danke. Ja. Es leuchtet. Ja. Bei mir leuchtet es rot. Ich kann da nichts dran bauen. Komisch. Also du bist drin und du bist das auf dem Maximum? Wahrscheinlich, weil du ihn gebaut hast, bevor die Fraktion. Meinst du? Hast du noch einen Kern? Ich habe noch einen Kern, ja. Kriege ich den denn jetzt raus hier? Den müsstest du abbauen können eigentlich. Aber ich habe kein Abbau-Tool. Haha. Auf der anderen Seite. Wollen wir ihn mal auf der anderen Seite einsetzen? Ja, genau. Versuchen wir es mal so. Du kannst ihn doch nicht abbauen, den Kerl. Den musst du doch kaputt schießen. Stimmt. Wollen wir einen eigenen? Ach nee, du kannst ihn abbauen. Ich müsste ihn kaputt schießen. Genau. So war das. Richtig. Ah. Ich lass es aber ohne annehmen. Okay, ich versuche nochmal einen neuen Basis-Starter zu bauen. Ja. Ich habe auch noch Blöcke hier drin, was du brauchst. Und ich habe hier gerade nichts in der Warteschlange. Nö. Für Leute. Okay. Dauert halt ein bisschen. So. Okay. Das ist ja mal echt ungünstig, was? Das ist blöd. So. Jetzt brauchen wir noch drei Elektronik. Noch zwei Computer. Ich habe doch aber auch Computer schon hergebaut. Nee. Ja, der verbraucht wahrscheinlich andere. Elektronik hat er so wahnsinnig viel gebraucht. Ja. Ich will noch 10 haben. Oder noch 10. Ja. Obwohl, hast du einen Konstruktor schon fertig? Falls nicht, brauchst du ihn ja auch. Ja, der Konstruktor ist fertig, ja. Gut. Ich baue jetzt gerade Elektronik. Es passt auch schon. Es ist schon in Ordnung. Okay. Wir brauchen es ja sowieso. Ja. Danach brauche ich auch nochmal vier Elektronik. So. Achso. Hier der Kern. Willst du? Ich gebe dir den Basisstarter. Ich gebe dir den nochmal. Mhm. Ach nee. Willst du? Was machen wir denn? Den zerschießen jetzt nicht und dann abbauen. Abbauen kannst du ihn noch nicht? Wir gucken erstmal hier drüben. Ja genau. Warte. Lauf nicht so weit weg. Ich will auch noch weiter bauen hier. Achso. Okay. So. Ablegen. Wenn das dann nicht geht. Warte mal. Jetzt gucken wir erstmal die Fraktionen an. Ja. Jetzt sind wir beide in der Fraktion. Okay. Ja. Ey. Das wäre natürlich richtig mies. Das wäre. Das muss auch funktionieren. Komplett verarsch irgendwie. Mal richtig schön in die Himmelsrichtung. Süden. Zack. Okay. So. Jetzt will ich mir das mal eben angucken. Was er sagt hier. Wenn ich da drauf gucke. Kern Player Fraktion steht hier auch wieder. Leider steht genau dasselbe. Das ist nicht gut. Ich habe keinen Block mehr. Wenn ich anbauen kann. Warte. Liegen hier. Wir sind jetzt alle im Konstruktor. Deshalb wollte ich nicht ganz zurücklaufen. Achso. Okay. Ne. Es ist rot. Muss nicht weiter weg gehen. Falsche Fraktion. Ach. Warte mal. Warte mal. Aha. Das ist jetzt Lösung. Ja. Komm. Wir gucken mal hier drüben. Musst du einstellen. Weil du den gebaut hast wahrscheinlich. Ja. Du Nase. Genau. Du bist eine Nase. Zack privat. So. Ah. Ja. Jetzt geht es auch mit Nachbarn. Guck mal. Aha. Wieder was gelernt. Was hast du gemacht? Erzähl mal. Du drückst drauf. Drückst P. Und dann kannst du einstellen. Ähm. Fraktion. Und dann kannst du sagen. Für alle. Oder. Für keinen. Standard auf keinen. P. Guck mal ob du das auch siehst. Äh. Fraktion. Zugang. Das muss man ja erstmal wissen. Du hast dann auf Zugang geklickt oder so. Da kann ich nicht ran. Ne. Einfach auf Fraktion. Da drüber. Ne. Darunter war das. Fraktion Kai. Genau. Das ist unser Kürzel. Das hat er automatisch gemacht. Das muss ich nochmal ändern. Achso. Ich kann jetzt aber nur zwischen Kai und Kai wählen. Genau. Hi. Boah ey. Boah ey. Wenigstens hat das funktioniert. Gott sei Dank. Ja. Aber das muss neu sein. Seitdem wir das letzte Mal gestartet haben. Ja. Das sind halt so Features die wir noch nicht ergründet hatten. Jetzt brauche ich noch Metallkomponenten wieder. Oh. Das verschlingt hier alles unheimlich viel. Und dann brauche ich noch Computer. Zwei. Ne. Einen noch. Okay. Alles klar. Und dann kann ich. Dann mache ich nochmal Kabel und Elektronik und Metallkomponenten. Na okay. Kabel müsste ich noch haben. Und Metallkomponenten mache ich vielleicht nochmal zwei mehr. So. Okay. Ich bin gleich am Start mit Generator und ähm. Super. Treibstofftank. Perfekt. Ich weite das Baby mal ein bisschen aus hier. Und du hast den Konstruktor. Mehr können wir ja auch gar nicht machen hier. Ja. Mit dem hier. Mit dem Material nicht. Wobei. Ich habe noch keine Skillpunkte verteilt. Haha. Ich auch nicht. Okay. Jetzt haben wir hier da drüben noch. Gut. Den Kern können wir wieder abbauen. Uh. Das ragt hier jetzt einmal. Es ragt drüber. Ja. Müssen wir nachher mal ausfüllen. In die Richtung würde ich jetzt nicht weiter. Größer würde ich sie glaube ich auch erstmal nicht machen. Das muss ragen. Nein. Doch vielleicht noch in die Richtung einen. Ich habe hier auch noch ein paar hier. Auch hier noch einen dran. Das ist der Kern schon mittig. Warte mal. Ich habe ja auch noch an einer Seite was dran gemacht. Hast du gesehen jetzt. Oder? Ne. Ich habe mir gerade was geholt. Ja. Es wird aber reich. Das reicht. Als Grundplatte ist das super. Aua. Genau. Was machst du? Durchbringend geflogen. Achso. Können wir hier so eine Art Stützen dran bauen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne. Dann ist der jetzt. Jetzt ist der mittig. Genau. Passt. So sieht das doch gar nicht mal. Ach du Schwindel ist das hoch. Ich bin doch nicht schwindelfrei. Nee. Ich habe da echt immer Respekt wenn ich dann von sowas runter gucke. Brauche ich da für Computer? Ne brauche ich nicht. Okay. Ist gleich alles im Bau. Und dann komme ich zu dir und dann können wir keine Ahnung was wir dann können. Gucken wir mal. So. Welche Richtung sollen wir denn die Tür machen zu unseren? Boah hier ist aber echt hoch. Aber wir können die langsamen Dinger gut nehmen wenn die schon mal hier stehen um dann Prometium Pellets und sowas. Genau. Da kannst du ja Erze reinschmeißen und dann immer so parallel craften lassen. So. Die wären ja nicht schlecht die Kollegen hier. Gott sei Dank. Nee. Das ist eigentlich eine sehr praktische Sache für so Rückfall. So Backup Maßnahmen. Falls man mal zerschossen wird. Ach. Wir bauen den Eingang hier hin oder? Den kann man auch nicht herstellen ne. Der bleibt jetzt eh nicht hier stehen. Den kannst du nicht herstellen. Genau. Es sei denn du machst ihn kaputt. Du wir haben sie eigentlich ganz gut gestellt. Wenn du mal so guckst sieht das echt nach Eingangsbereich aus. Das könnte so ein Tor werden hier. Ja. Gehen sie vorne durch die beiden Konstruktoren und dann folgen sie dem Weg. Sollen wir dann hier schräge Blöcke? Ja ne. Machen wir hier. Achso. Machen wir hier einen so und dann so eine Art Leiter hoch. Ja. Kann man machen. So. Tada. Tata. 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 Jetzt ist er fertig. Okay. So. Hast du deinen Konstruktor? Aber ich stelle mir gerade in zwei Schräge. Komm. Und ob wir so ne Rampe haben und hoch können. Ja. So ne alterne Rampe genau. Dankeschön. Genau. Alterne Rampe. Ja. Haben sie mir den ARC gebaut. Lichter. Echt? Weil ich immer an einer Wohnungstürkante hängen geblieben bin. Dann haben sie mir ne alterne Rampe gebaut. Da bin ich da einfach nur schräg hochlaufen. Ist das unglaublich. Geil. Ich sollte den Konstruktor auch mitnehmen. wenn ich ihn setzen möchte. Und ich bin mir nicht sicher, in dem Zimmer, was sie mir da angeboten haben, im Hotel stand auch irgendwie ein Schild mit Seniorenresidenz. Super. Kein Witz. Oh nein. Nein, 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 nein. Boah, ist das Ding groß. Ich kann die Folge nicht schon wieder, sondern ich hatte erst zwei. Genau in dem Satz. Welches Ding ist groß? Der Konstruktor. Ach so, verdammt, das ist ja dieses Neue. Müssen wir dafür anbauen. Warte mal, ich habe noch Blöcke, pass auf, sonst bauen wir den. Ich kann ihn setzen, aber... Ja, aber ich kann ja auch hier... Wie viele Blocks ist der? 3x3 oder so? 2x2. Warte, dann machen wir doch mal eben so. Pass mal auf, dann... Ach nee, dann müssen wir doch 3x3, weil der soll ja eine Außenwand zum Schutz haben, ne? Genau, ja. Das ist 3, dann müssen wir noch einen tiefer, ne? Warte. So und so. Warte, 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 warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich mir das... So. Wenn du den da so draufsetzt, aber so, dass eine Außenwand noch ranpasst. Weißt du, was ich meine? Ja. Soll ich mal eine Wand ziehen? Ach nee, dann müssen wir noch einen tiefer, ne? Oder? Eine Wand können wir ja schon im Rantowitsch ziehen. Nee, soll ich noch einen tiefer gehen hier? Ich glaube, ich gehe noch einen tiefer, ne? Einen tiefer noch. Ja, dann haben wir ein bisschen Platz. Ich würde auch gucken, dass du vielleicht... Oh, jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Ach so, warte. Gebt ihr alles, was ich habe, hier. So. Pass auf, dann machen wir das so. Und wenn wir dann da jetzt eine Außenwand hinziehen, dann hätten wir aber hier vor, also ein... Ne, hier muss noch mal eins ran, ne? Eins, zwei, drei. So, jetzt hätten wir hier, genau in der Mitte hast du zweimal zwei. Ja. Da kannst du ihn doch aufsetzen sonst, oder? Zack. Das ist ein Riesending, ne? Das ist echt ein Monster. Das ist eine riesige Müllpresse, das Teil. Das ist einer. Das ist einer, ja. Und das ist nicht mal, wie groß ist denn der fortgeschrittene Mensch? Ich glaube, das ist genauso groß. Der leuchtet halt nur anders. Da leuchtet blau. Da leuchtet blau, genau. Wahnsinns-Ding hier, echt. Ach ja, dann kann ich ja eigentlich jetzt daneben mal unsere... Treibstofftank... Ne, komm, müssen wir erst... Treibstofftank, hab ich. Ja, bauen wir oben erstmal den kleinen hinten Generator und dann würde ich halt gerne einen Keller machen, dass es geschützter ist. Den Kern auch unten nach unten versetzen irgendwann. Jetzt brauche ich erst noch Blöcke, 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 Blöcke. Wenn du den Kern abbaust, kannst du den dann... Dann kannst du versetzen, ja. Das geht, ja. Okay. Ja, den Treibstofftank auch tiefer setzen oder erstmal alles hier oben drauf? Ne, erstmal alles oben drauf. Wir können ja noch kein Zerlegewerkzeug machen. Ich könnte natürlich die Blöcke kaputt schießen, aber das ist auch doof. Dann sind wir den erstmal oben hin und dann... Okay, machen wir das so. Und den Generator... Ach, der sieht ja knuffig aus. Dann mache ich den mal so. Wo kommt der denn hin? Ach, ich packe den erstmal hier hin. So. Ja. Jetzt kommt aber bestimmt gleich... Jetzt kommt aber bestimmt gleich Aliens überfallen. Hast du da schon welche reingepackt eben so schnell? Ach, du bist aber echt fix unterwegs hier. Wenn du möchtest, mit Y startest du. Warte mal, ich hole mal eben unsere Eisenbahnen und den ganzen Krams ab hier. Und... Ne? Prometium und Elektronik und so. Und das wird dann hier schon mal... Ich nehme die bei dir auch mal raus, oder? Ja. Na, die Eisenbahnen vielleicht nicht. Da bist du gerade am... Ach, ne, bist du nicht. Silizium. So. Röhre, Schotter. Das, das. Das, das. Das ist aber nicht schön hier. Eisenbahnen nehme ich auch mal raus. Und... Magnisiumpulver. Was ist nicht schön? Na, die Rampe hier. Ja, da kannst du noch einen Block drunter setzen, ne? Das geht. Genau. So. Der war gerade nur etwas schwierig, der Kollege. Okay, wir haben 999 Eisenbahnen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ne, sogar noch mehr. Sogar noch mehr. Jo, da sind sie. Da sind sie. Ich habe es auch gehört. Ja, endlich. Haben sie es gefixt. Ist das toll. So, das heißt, gratis Materialien. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon, dass du gehört hast, ne? Also seitdem wir hier einen eigenen Server gestartet haben. Ja. Das war ja lange Zeit nicht. So, dann müssen wir sehen, dass die uns nicht die Dinger zerschießen, die Türme. Mal gucken, welchen Kern sie angreifen. Haha. So. Hast du drüben auch die Fraktion umgestellt? Ne, ne? Machst du jetzt gerade mal eine? Genau, deshalb bist du auch gerade rüber, kann das sein. Genau, ich benenne den jetzt um. Mach Fraktion so. Betrieb an. Eigenschaftenkern an. Ich komme hier gar nicht auf den anderen Konstruktor rauf. Da scheinen so unsichtbare Blöcke im Weg zu sein. Oh, aha. Ich wollte auf den anderen Konstruktor rauf. Das geht irgendwie nicht. Wie ist das so? Warte. Nicht gut. So, weiß er, was ich meine? Nicht gut, ja. Das ist eine Wand. Ich sehe sie nicht. Je nachdem, wo die Drohnenbasis ist, kann das auch ein bisschen dauern, wenn die genau auf der anderen Seite vom Planeten ist. Ach, KFC, KVC-Lockvogel, geile Sache. Cool, geil. Vielleicht klappt das ja. Das ist ein super Name. Ich habe da jetzt eben nur eine Idee. Sieht doof aus, aber können wir wieder wegnehmen? Ach, nee, können wir nicht, ne? Wann mal. Können wir kaputt schießen. Okay, während die Drohnen kommen, bis die Drohnen kommen, skill ich mal eben. Technik wollen wir. Genau, gute Idee. Basis. 70 Punkte. 70 Punkte, 100. So. Warte mal, ich bin Level 6. Okay, das bringt uns auch noch nichts, dass ich Level 6 bin. Aber ab Level 7 wird es interessant. Das brauchen wir nicht. Ey, Kanonengeschütz können wir schon bauen. Ab Level 3. Halte ich für eine gute Sache, ne? Für die Basis, oder? Pack ich mal 5 Punkte rein, ne? Ja. Gucke ich nach Basis und... Du guckst nach Basis, ich gucke nach der Drohne hier. Okay, dann mach ich mal Kühlschrank, O2 Station... Achso, ich muss auch freischalten. O2 Station wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Aus dem Osten. Kommt sie. Und es hat ungefähr eine Minute, anderthalb gedauert. Gucken wir mal, ob ich die vorher ein bisschen abgefangen kriege hier. Aus dem Osten. Da. Ja. Aber schön, dass man die jetzt so sieht. Komm, auf dem Radar leuchtet es auch rot. Schön, small attack base. 90 Meter, sie sieht mich nicht. Oh ja, jetzt kommt sie. Da ist sie. Ich glaube, die sitzt mehr an mir dran, als an dir. Oh, nee, da habe ich aber die Entfernung komplett falsch eingeschätzt. Die rollt. Komm, jetzt gibt es noch was Gutes. Ah, nur 63 Schuss, ey. Naja, immerhin. Naja. Der hat nur 50, du. So, wir müssen hier mal irgendwas Gescheites jetzt herstellen in den Konstruktor. Und zwar, ich gucke gerade noch einen Konstruktor raus. Einen U2 Tank brauchen wir jetzt ja gerade erstmal nicht. Einen U2 Station auch nicht. Nee, nee, das ist erstmal nicht nützlich. Einen Kühlschrank könnte man sich besorgen. Und einen Nahrungsmittelprozess. Da verbrauchen wir ein paar Computer. Das können wir nochmal eben anleiern. Ich mache mal Pflanzlicht, Innenbeleuchtung. Dafür brauchen wir Kabel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kabel brauchen wir noch. Und wir brauchen Steuergeräte wahrscheinlich viel mehr. Nee, auch nicht. Das läuft. Metallkomponenten haben wir auch. Kabel, Elektronik. Das sieht gut aus. Wir können, glaube ich, dann gleich zwei Computer erstellen. Perfekt. Nahlich, Kern. Nee, wir brauchen noch einen mehr. So, wir brauchen drei Computer. Und dann bräuchten wir, wahrscheinlich fehlen uns gleich ganz viele Sachen wieder. Da gehe ich einfach mal von aus. Mal gucken. Ich mache erstmal einen Kühlschrank fertig. Mhm. Und wenn der durch ist, kann ich dir sagen, ob wir einen Nahrungsmittelprozessor auch direkt hinterherkriegen oder nicht. Okay, super. Füllen wir hier das Loch. Und ich bin dafür, dass wir uns... Ja, den kriegen wir auch. Nee, vielleicht Licht. Glasplatten. Ach ja, stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei Lichter mache ich mal. Und dann leier ich hier nochmal Metallkomponenten an. Die brauchen wir immer wieder. Was brauchen wir? Kobalt-Barren. Okay. Brauchst du? Nee, haben wir noch 341. Nee, du hast keine Barren mehr. Ich habe die da drüben eigentlich alles geklaut. Ach, die hast du alle rausgeholt. Ja, ja. Schauen wir mal, ich herstelle. Keine Barren. So. Wie sieht das aus mit... Wir brauchen ein Abbauwerkzeug, ne? Ja, habe ich schon geskillt. Und unter was findest du denn das? Ach, unter Tools, ne? Unter Tools, genau. Reapons. Warte mal, ich gucke erst mal nach Base weiter. Eine Innenbeleuchtung könnte ich mal skillen. Freischalten. Obwohl eine Innenbeleuchtung ist momentan nicht so wichtig, ne? Obwohl doch... Ich hör uns mal ein bisschen Fleisch. Doch, ich mach eine Innenbeleuchtung. Fleisch liegt nicht eigentlich hier? Das würde ich hoffen. Ja, geben sie. Super. Na, komm her. Ne, Basis gibt gerade noch nicht so viel her. Doch, pflanzlich schalte ich uns auch frei, natürlich. Mhm. Aufzugsblock können wir, glaube ich, erst mal ohne auskommen, ne? Ja, ich habe den auch schon mal gelernt. So, praktisch. Small, small vessel ist die Frage. So schnell brauchen wir jetzt auch noch keins unbedingt, ne? Wir können erst mal so ein bisschen zu Fuß, ne? Oder? Ja, das ist grobe Zeug. Wie viele Punkte hast du denn noch? Ich habe noch 81. Ich will aber dann mal auf Waffen sonst mal eben ein bisschen gucken, weißt du? Ja. Ich habe Sturmgewehr gelernt, Schrotflinte könnte ich, Scharfschützengewehr. Schrotflinte, Schrotflinte mache ich eben auch. Sturmgewehr und ich habe jetzt beide. Scharfschützengewehr spare ich mir. Brauchen wir sowieso beides, von daher ist es eigentlich ja krank. Tools mache ich auch mal eben alle für uns fertig, ne? Ja. Ich fange schon mal small vessel, fange ich einfach schon mal an. Was wir haben, haben wir. Toolstation, brauche ich ja gar nicht hier. Miss, oh, ja, haha. Frachtbox, äh, freischalten. Genau. Frachtbox mache ich mal. Signal, Licht, das ist neu, das kenne ich nicht, oder? Ne, das gibt es, das gab es schon. Ja? Ja. O2-Generator, ja, lerne ich mal, weil dann können wir den Wassergenerator dann auch freischalten. So, passt. Ah, Munitionskiste, klein. Ach, ja, haha, die müssen wir auf jeden Fall haben, sonst läuft das auch nicht mit der Basisverteidigung. Ah, nee, da musst du dann, ach stimmt, ja, da brauchst du die auch für. So sieht es aus, genau. Ich habe mal ein bisschen Fleisch hier. Okay, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, will ich auch sagen, dass die Folge auch schon wieder vorbei ist, ja. Naja, so 23 Minuten, 24 sind wir jetzt, ich denke mir, das ist okay, ne, oder? Ja. So. Ich mache uns wieder unser Lieblingsessen. Salami. Ja, Geil. Okay. Backen gleich durch sind hier dann. Was machst du denn für Backen? Kobold und Eisen, die letzten Erze da. Ja, wir bräuchten eigentlich Stahlplatten, wie blöd, ne? Da sind auch noch welche drin, glaube ich, oder? Dann habe ich die mitgenommen. Ne, ich habe die hier. Ne, ich habe die im Inventar. Dann pack die mal hier rein und dann machen wir mal Blöcke, weil ich glaube ein bisschen größer müssen wir hier noch noch werden mit der Basis, ne? Ja, Blöcke habe ich auch schon ein paar. 84 Blöcke habe ich und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit. Dann ziehen wir mal eine Wand. Genau, dann ziehen wir eine Wand und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.